Leute, ich bin jetzt hier unten, ich mach ganz schnell die Aufnahme an und zwar seht ihr ja, dieses Ding versuche ich schon seit drei Wochen irgendwie rauszufinden, was das Ding kann. Ich hab keine Ahnung, ich werd hier erstmal noch ein bisschen essen, Leute. Ich hab ein anderes Problem, meine Bracelets, die haben alle nicht viel, naja, Leben, wie soll ich sagen. Hat irgendwas davon überhaupt noch Leben? Mein Ring hat fast gar kein Leben mehr, deswegen hab ich mal alles abgezogen. Die Baske regeneriert sich wieder, ich hab hier auch fast überall Reparatur drauf getan, funktioniert aber nicht wirklich, Leute. Ich weiß nicht warum, ich werd jetzt erstmal hier, nein, wo ist der hin? Der ist weg, verdammt. Okay, wir müssen den Ring wieder abziehen, Leute, das ist wichtig. So, dann gehen wir mal hier hin, wir schwimmen mal rüber, Leute, wir schwimmen mal rüber. Der muss hier irgendwo sein, dieses Diamantenviech, das muss hier irgendwo sein und ich werd mir das heute schnappen. Komme, was wolle, Leute, komme, was wolle. So, ich werd erstmal hier den Dreckblock wegmachen, zack, 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 dann können wir hier hin, dann gehen wir hier hin, zack, zack, zack. Ich glaub, den Diamant-Ding, den find ich gleich wieder, Leute. Real talk. So, aber warum kriegt der Ring kein Dings, warum kriegt der Ring nicht Leben, das check ich nicht. Eigentlich können wir zu den Diamanten gehen, wir können die abbauen. Eigentlich können wir das machen, Leute. Ich werd's auch machen. Ich werd die erstmal abbauen hier. So, schön, schön. Bro, warum nervst du, hä? Lass mich doch hier... Nein. Nein, 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 nein. Das ist ein Bug. Nein, 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 nein. Okay, Leute, das ist jetzt hier die dickste Rettungsaktion, die ich jemals hatte. Aber es sieht gut aus, es sieht gut aus. Das eine Skelett müssen wir down machen, leider. Was heißt leider, du bist eh... Keiner will dich haben, Mann. So, weg mit dir. Das müssen wir auch wegmachen. Und hier muss... Bro, diese Skelette müssen weg. Die sind so eklig. Und da ist mein Loot. Leute, hier bin ich draufgegangen. Hier bin ich draufgegangen. Ich weiß es. Ich weiß es. Okay, Creeper da oben. Creeper da oben. Ich glaube, wir sollten mal den Creeper hier auch erledigen. Real talk. Okay, das war sehr gut. So. Hier ist irgendwo mein Loot, Leute. Hier muss mein Loot sein. Was ist denn jetzt los? Hä? Von wo? Bro, hör doch auf. Hallo, du Ekliger. Ich will mein... Bro, von wo? Ich checke es nicht von wo. Ich checke nicht von wo. Leute. Von wo kommt jetzt dieses Skelett? Hinter mir. Ach, du Ekliger. Bitte, geh in die Lava rein. Komm, geh in die Lava rein. Geh in die Lava rein, du Ekliger. Ich will meinen Loot holen und du Ekliger hast nichts anderes zu tun, außer hier Dings zu machen. Eklig, Leute. Ich bin hier fast wieder reingefallen, ne? Bro, das ist aber auch verdammt eklig mit... Ey, kann man das Wasser bitte hier 10 Meter weggehen? Kann man das Wasser bitte hier 20 Meter weggehen? No joke. Das Wasser nervt übel. Das Wasser nervt ja richtig hier. Bro, oh mein Gott. Wieso nervt das Wasser so? Ich muss Dings holen. Das Ding ist, Leute, wenn ich das abbaue, da ist hier Obsidian. Wie soll ich jetzt meine Leiche da bekommen? Ich checke es wieder nicht, Bro. Es ist so schlecht, Mann. Ich habe so ein Pech in diesem Spiel. So, jetzt weg. Das Wasser muss weg. Ja, schieß, schieß, schieß. Komm, mach dein Ding, mach dein Ding. Komm, ja, guck mal. Komplett random, dass du da spawnst. Ich sag dir ehrlich. Und du verschwinde. Lass mich in Ruhe. So, Leute. Jetzt müssen wir wirklich mal... Ey, Bro, das macht gar keinen Sinn, dass du runterfällst. Ey, Mann. Bro, das macht keinen Sinn, dass ihr Idioten jetzt kommt. Ich will noch meine Sachen haben. Bro, das sind meine krassesten Sachen und ihr beiden nervt da. Ey, ich check das nicht. So, weg mit euch. Weg mit euch. Keiner braucht euch. Ihr blöden Creeper und Zombies und hast du nicht gesehen. Bitte. Ich will einfach nur meine... Meine, meine, mein Loot haben. Das ist alles. Komm schon. Bitte. Bro, wo soll ich hier meinen Dings finden? Sag mal ehrlich. Bitte sagt mir jetzt nicht hier, dass es draufgegangen ist. Bitte sagt mir jetzt nicht, mein Loot ist weg. Dann quitte ich für immer. Ich quitte für immer, wenn jetzt mein Loot weg ist. Ich sag das euch, wie es ist. Bro, es kommt der nächste. Ja, ist okay. Tschüss, Digga. Tschüss, Mann. Woher die Energie? Woher die ganze Kraft? Hä? Hört doch mal auf. Hallo. Ich hab hier eine Mission, Mann. Und ihr nervt mich. Ey, Bro, ich bitte... Ich raste hier gleich aus. Ich... Bro, nervt mich nicht. Nervt mich nicht. Ich bin so kurz vor 180 jetzt wegen euch. Bro. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, Leute. Ich muss meine... Ey, Bro, bitte, bitte, bitte. Es kann nicht wahr sein. Kommt schon. Das muss da unten... Mann! Du sollst draufgehen. Du Ekliger. Keiner braucht dich, Mann. Minecraft Noob, ey. Ich check den nicht. Ich raste hier wirklich gleich aus. Wirklich, Mann. Das ist hier wirklich kein Spaß mehr langsam. Ich will einfach nur mein Loot hier haben. Bro, bitte, 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 bitte. Jetzt... Ja! 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 Hatte ich es gesehen? Oh mein Gott. Okay. Hä? Kann ich da... Kann ich rechts klicken? Kann ich meine Sachen jetzt wenigstens wieder haben? Hallo? Bro, ich kann meine Sachen nicht mehr bekommen. Nein, 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 nein! Nein! Da! Yes! Do this! Yes! 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 Alles mitnehmen, Leute. Das... Oh mein Gott. Es ist unreal. Unreal. Was hier gerade passiert ist unreal, Leute. Das ist wirklich unreal. Das ist... Das hat die Welt noch nicht gesehen. Nein! Bro, das... Oh mein Gott. Wir waren... Ey, Bro, ich war so salty, ne? Ich war so salty, Bro. Ich hatte nichts mehr. Jetzt haben wir wieder unsere Sachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Ey, ich kann nicht mehr. Ich bin wirklich nervlich. Meine Nerven sind am Ende. Ich kann wirklich nicht mehr, Leute. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich muss mich ausrüsten. Ich muss wirklich ausrüsten. Den Müll mache ich jetzt weg. Zack. Das braucht eh kein Mensch mehr. So. Zack. Gib mir das. Gib mir meine Maske. Let's go. Ich werde mich hochbuddeln, Leute. Ich werde mich jetzt hochbuddeln. Ich bin sowas von am Ende. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist hier high intense. Wirklich. Ich habe schon abgeschlossen mit meinem Loot. Ehrlich. Ich habe wirklich abgeschlossen. Ich dachte so, okay. Gut, Timmy. Das war's. Du kannst wieder von vorne anfangen. Mach dir nichts draus. Andermal ist auch noch ein Tag. Aber es geht weiter. Leute, was geht? Ich bin's, Timmy, Freunde. Und feiert euch die Videos richtig in letzter Zeit. Kuss dafür, Freunde. Und ihr seht schon, ich habe meine Sachen nicht dabei. Also ich habe eigentlich hier richtig viele Sachen. Ich habe jetzt aber eher so auf Goldäpfel geschwitzt. Weil, naja, die Schatzkarte führt mich eigentlich irgendwo ins Nirgendwo hin. Das muss man wirklich sagen, Freunde. Das ist wirklich krass. Die führt mich irgendwo hin. Und Dings meinte auch, dass sie nicht so krass ist. Deswegen müssen wir erstmal hier wieder Punkt setzen. Das ist wichtig, Leute. Und dann werde ich mich einfach hier mal ein bisschen schauen, was hier abgeht. Das Ding ist, ich will auf jeden Fall im Wasser noch ein bisschen gucken, was hier so geht. Und ich will schauen, dass ich auf jeden Fall noch eine krasse Dungeon finde. Vielleicht bauen wir hier eine Base oder so. Das wäre natürlich auch richtig krass. Da hinten sind schon ein paar Spinnen und so. Die sind richtig gefährlich. Auf die müssen wir aufpassen, Leute. Ja, wie zum Beispiel die Kakteen. Das Gute ist aber, ich habe halt wirklich so viel Essen und so gute Sachen. Alter! Nein! Bro! Wer ist das? Bro! Der hat irgendwie eine komische Maske. Der kommt zu uns. Ich schieße ihn ab. Ich schieße ihn ab. Ich schieße ihn ab. Okay. Oha. Oha. Sorry, du bist vor mir gelaufen. Okay. Ich werde die fertig machen. Bro, ich werde die fertig machen. Bro. Dass die nicht zu uns kommt. Bro. Lass die fertig machen. Ey, der macht gut Schraub, Alter. Nein! 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 Wer war das? Hä? Nein! 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 Ich dachte, du bist ein Seemonster. Wie sieht's mir denn aus? Gut, dass du dein Bett hier hattest und wir dachten, du wärst ein Post oder so. Warum redest du nicht? Nein, Bro. Ich dachte, hä? Ich dachte, du bist ein Monster oder so. Ich hab's gar nicht realisiert, ey. Hä? Bro. Wir haben dich voll erschrocken, Alter. Was hast du denn? Alter. Ja, der gibt mir zwei extra Herzen. Dafür aber weniger Rüstung. Bro, als ob wir dich zufällig hier treffen und du zufälligerweise dein Bettchen dann hier hast. Niemals. Bro, das gibt's nicht. Warum hast du uns so angegriffen aus dem Weg? Das war ein Joke. Ich dachte, ihr seid Seemonster oder so. Ich muss erstmal alles wieder nehmen. Seemonster. Warte mal. Dann machen wir so hier. Oh mein Gott. Hä? Wie OP ist das? Ihr seid voll OP, ey. Krass. Ja, aber lass mal deinen Loot angucken. Was hast du denn so tolles? Kein Eintracht. Ja, mein Loot ist doch nicht so krass. Was ist das für eine komische Maske? Guck mal, was hier ist, ey. Warte, Stu. Ich droppe dir das sofort. Warte, ich zeig dir das. Ich hab so krasse Sachen. Die muss ich euch alle zeigen, ey. Das ist insane. Bro, ich freu mich grad so übertrieben, dass wir dich zufällig wiedergesehen haben. Guck mal, was ich machen kann. Oh! Ich kann mich nicht bewegen. Das ist voll krass, ne? Ich kann euch einfach einfrieren, ey. Wieso hast du das grad nicht im Kampf gemacht? Bro, ich wollte das noch nicht machen. Aber ey, wenn ich jetzt gegen dich kämpfe, denkst du, dass ich gewinne? Zeig mal, frier mich mal komplett ein. Okay, ich frier dich jetzt komplett ein. Warte. Komplett. Ja. Oh mein Gott, wie krass. Oh mein Gott. Alter. Ich kann mich nicht bewegen. Oh mein Gott, nein. Hä? Wie krass. Warte mal. Nein. Das muss ich dir mal zeigen. Ja, ich droppe dir das gleich. Aber guck mal, was ich auch machen kann. Boah. Ohohoho. Ohohoho. Mach das mal, wo ich drauf stehe. Okay, warte. Oh mein Gott. Ohohoho. Oder den hier, oder den. Kennt ihr den da? Hä? Deine Füße. Cool, ne? Meine Füße. Ich sag dir ehrlich, versuch mich mal jetzt wirklich zu besiegen. Also auf Full Tryhardt. Bro, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das ist echt schwierig. Warte, warte. Komm, wir machen das so. Stu, das ist dein Holzbalken und das ist dein Holzbalken. Okay. Geh doch nach Holzbalken. Ich werde dich nicht angreifen. Ich will nur gucken, wie viel Damage du mir machst. In der linken Ecke haben wir Sue Summer, der jetzt eine übertrieben faste Neptun-Rüstung hat. Und in der rechten Ecke haben wir Sue Summer, der eine heftige Maske hat und eine Eiswaffe. Oh, ich dachte auch, du wirst ein Monster oder so. Ich dachte auch, du wirst ein Monster, Sue. Hä? Das ist der erste Kampf auf der YouTuber-Insel. Und go. Okay, let's go. MbK hat auch schon gegen Eiferstein gefeiert. Okay, okay, okay. Und jetzt so. Und jetzt so. Und jetzt so. Greif mich an. Greif mich an. Warte, warte. Okay, ich muss das hier noch machen. Bringt das viel Schaden? Macht das viel Schaden? Sei ehrlich. Bro, du bist voll gut. Du bist voll gut. Krass. Oh mein Gott. Mach weiter. Nein, 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 wirklich. Oh, es kommt vor nichts. Es kommt vor nichts. Meinst du alles ernst? Nein, du machst, du pranks, Sue. Du pranks. Oh, mach weiter. Oh mein Gott, du bist so krass, Bro. Hä? Sue, warum pranks du nicht mal? Der auch. Du redest Blödsinn. Ah, ich bin fast tot. Ja, komm, du redest Blödsinn, Sue. Du hast bestimmt noch richtig viel Leben, ey. Schade. Ich habe nicht mal ein Herz bis jetzt verloren. Wirklich? Ey, warte mal. Nein, das kann nicht sein. Greif mich auch mal an. Okay, warte. Ich habe so eine starke Regeneration. Bro, als ob, als ob. Okay, warte. Okay, 3, 2, 1, jetzt. Bro, ich friere dich erstmal ein, ja? So, ich habe dich eingefroren. Jetzt mache ich den Mega-Armer. Und? Bro. Hast du schon was verloren? Sei ehrlich. Bro, ich bin dir ehrlich. Ja? Ganz ehrlich, ich verließe so ein halbes Herz. Nein. Okay, Kianis, mein Bogen. Was kriegst du ab, wenn ich meinen Bogen mache? Bro, ihr... Warte. Alter, ihr seid echt cool. Ein Herz. Was? Und du bei mir? Okay, mach das mal bei mir. Mach mal einen Bogen bei mir oder bei ihm gleich. Ja, wie du willst. Wie viel hast du? Nichts. Was? Ich kriege nichts ab, Jungs. Warte du, warte du. Okay, ich. Oh mein Gott, 3 Herzen. Okay, jetzt ich. Mein Bogen ist stärker. Warte, warte, warte. Und warte, ich sage dir, wenn ich voll will. Moment. Warte. Komm schon, noch die 2 Herzen voll machen. Jetzt mach. Ja, auch 4 Herzen, 4 Herzen. Boah, strong. Aber der geht runter auf 5 Herzen. Guck mal, du hast diese exotischen Items, ne? Aber du brauchst noch Schutz hier auf deine Rüstung und alles. Ja, true. Ich habe nur Reparatur und sonst habe ich gar nichts drauf. Und deshalb, Timmy, ich sage mal so, beim ersten Mal, als wir zu dritt unterwegs waren, waren wir alle 3 wirklich schwach. True, true, true. Aber jetzt, ich denke mal, mit unseren Rüstungen, wir könnten eigentlich zu drittlichen Gedanken... Ey, Sue, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe 5, äh, wie nennt man das? Necklace und hast nicht gesehen. Damit habe ich eigentlich Stärke und so. Ich habe die jetzt aber nicht dabei, weil sonst gehen die kaputt, weißt du? Wenn man aber Netherite drauf macht, sind die unsterblich. Was? Also mit Netherite kannst du Ring und Legendary machen? Genau, dann kannst du ein Legendary machen, dann ist es unsterblich. Jungs, sollen wir vielleicht die Reise zu dritt weitermachen? Ein Ring hast du? Ja, guck mal, mein Ring. Ich habe einen Ring, der ist epic. Der macht meine Stromkraft hoch, mein Glück und sogar die Stärke plus 2. Den will ich sehen. Das ist so ein geiler Ring und den würde ich voll gerne auf Legendary haben. Oha, warte, ich ziehe den mal kurz an. Guck mal, wie du damit springst. Spring mal jetzt. Okay, warte. Ja. Man springt schon gut. Und das hat Glück und dein Angriffsschaden ist plus 2. Das ist schon nice. Das ist jetzt meiner. Den will ich gerne auf Legendary. Nein, ich gebe ihn dir wieder. Hier, guck mal hier. Ey, aber das Ding ist, Sue, du hast doch die ganzen Items mit der Angel gefunden, oder? Ja. Hast du die Angel noch? Bitte sag ja. Ja, habe ich. Let's go. Sue, was willst du dafür haben? Ich gebe dir Goldäpfel und so. Bro, warte, warte. Ich gucke mal, wo ich gehe. Nein, da können wir nämlich Angeln. Oh mein Gott, Sue. Hier, Bro. Nein. Das sind unsere Angel, ne? Nimm die. Oh mein Gott. Ist da Reparatur drauf? Nein. Aber kann ich da Reparatur drauf machen? Ja, klar kannst du das machen. Weil ich habe einen Villager, also wenn du willst, wir können zu meiner Base gehen. Die ist, oh ja, ist ein bisschen weiter weg, ja? Ne, alles gut, lass uns doch, jetzt wo wir eh hier über zweit weg sind und uns zufällig gesehen haben, lass uns gemeinsam irgendwie einen Dungeon oder so suchen. Ja, okay. Guck mal, hier im Wüstenbiom, da gibt es bestimmt so einen Sandboss oder so. Sollen wir hier mal in die Richtung hin? Also du meinst den Sonnenboss? Den Sonnenboss? Ja, zieh mal die Maske an, zieh mal die Maske an, Sue. Zieh mal die Maske an, guck mal, was passiert. Lass mich raten. Nein, 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 warte, 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 warte. Let's go. Ich kriege zwei Herzen einfach oben drauf? Genau, das ist... Ey, Leute, guckt mal. Ja. Das ist krass. Das ist nice, ne? Bro, mein Helm ist cooler. Wirklich? Gib mal deinen Helm, was kann der? Hier, Bro. Ist der voll verzaubert? Guck dir mal meinen Helm an. Warte. Oh mein Gott. Schutz 4, Reparatur, Haltbarkeit. Nein. Okay, das ist krass. Das ist OP. Guck mal, ich bin sehr mit der Hälfte ab. Warte, warte, warte. Warte, ich hatte ihn nicht drauf. Jetzt, warte, warte. Moment, ich esse Goldapfel. Dann kannst du machen. Du kannst machen, ja. Du kannst machen. Bro. Das hält richtig viel aus. Krass, ich gebe dir wieder. Wie kriegst du jetzt ab? Das waren so zwei Herzen, weil ich halt die andere Rüstung noch habe, weißt du? Wo ist meine Maske? Deine Maske? Ich weiß nicht. Ich habe die nicht. Hast du die Maske, Kian? Äh, ich habe die, warte, ich habe die gedroppt. Guck mal nochmal. Ah, ich habe sie, ich habe sie, ich habe sie, ich habe sie. Okay. Alles gut, alles gut. Okay. Okay, dann such mal. Du kannst das Abenteuer in die Richtung beginnen, oder? Oh, da hinten ist was, da hinten ist was. Da hinten kommt ein Dorf, ein Villager-Dorf kommt da hinten. Ich war da schon. Da ist ein Villager-Dorf. Ja, aber da ist auch so ein Sky-Villager-Dorf. Das ist aber nicht so krass. Let's go. Boah, wie schnell die sind, hä? Alter. Guck mal, Leute, die sind einfach schon weg. Bro, alles gut? Hä? Wie OP ist das, Bro? Ich habe voll vergessen, dass du... Bro, ihr seid voll OP damit, hä? Guck mal, die sind wieder irgendwo und nirgendwo. Alter, wie cool. Okay, das ist echt krass. Bro, die sind einfach da hinten. Seht ihr die? Man sieht die gar nicht mehr. Da, die schwimmen da hinten rum. Oh mein Gott, wie schnell die sind. Haben wir noch ein Boot? Ja, wir haben noch ein Boot. Let's go. Also, eure Rüstung ist echt krass. Wie geht das mit der Angel? Muss man die einfach reinwerfen und dann zieht man da was raus, oder wie? Genau, dann ziehst du einfach was raus. Ach, und wenn ich noch Glück habe, dann ziehe ich richtig krasse Sachen, oder? Ja, genau. Oh mein Gott. Dann kriegst du nochmal andere Sachen. Okay, ich mache das einmal. Aber mach das später, ja? Ja, sicher? Okay, ich drücke dir die Daumen. Ich drücke die Daumen. Okay, komm, komm, komm. Und jetzt. Was war das? Ah, okay, egal. Dann lass mal weitergehen. Lass uns mal in die Richtung, oder? Aber verliebt die Angel schnell leben oder kann man die reparieren? Nö, das dauert noch lange. Also, alles gut. Okay, sehr gut. Mach dir darüber keinen Kopf. Ich kann dir noch genau später dann erklären. Oh, wir könnten vielleicht sogar hier runter und gucken, ob wir hier unten was haben, oder? Oder so. Boah, das können wir auch machen, weil unterirdisch. Boah, also du musst echt sagen. Leute. Ja, ja. Das sieht schon krass aus. Weißt du, was ich zu sagen? Bro, ich wollte sagen, da unten kann es so netherite-Bosse geben. Was? Ja, read, for real. Ehrlich jetzt. Was ist da? Oh, das ist was. Das ist was. Wo denn? Das ist was. Ist da der Sonnenboss? Nein, der Sonnenboss ist in der Savanne. So eine Säule ist dort. Ja, da hinten ist ein Dorf, aber da ist nichts Besonderes, glaube ich. Ach, von dort bist du gekommen? Ja, von dort bin ich gekommen, deswegen. Was machst du da? Oh mein Gott, wir müssen ihn retten. Bro, ich geh da nicht runter. Was ist denn da unten? Tsu, hallo. Ich lass meinen Bruder nicht alleine. Ey. Ich komm nicht mehr raus. Ach Mann, Tsu, du Pranks. Ey, der prankt uns. Tsu. Spaß, komm runter. Was ist das? Warum ist hier Bedroff? Junge. Oh. Ey, was passiert da? Ich prank euch. Hä? Ey, hier siehst du gar nichts. Aber Jungs, wir kriegen hier Schnelligkeit. Wie Schnelligkeit? Ja, wir haben Wasser. Hä, wie meinst du das? Komm mal runter, du kriegst Schnelligkeit hier. Oha. Aber warum ist hier Bedrock? Äh, weil das ein Wunschrunden ist, Bro. Habe ich doch gesagt, siehst du? Ja, dann lass uns schnell die Geschwindigkeit usen und abhauen. Okay. Aber wohin, wohin, wohin? Du musst nur das Wasser einfrieren. Ja, ich kann Wasser einfrieren. Guck. Oha, wie schnell wir sind. Bro, ich kann ja Wasser einfrieren. Let's go. Hä, wie schnell wir sind. Okay, das war gut von dir. Aber wie lange hält das an? Zwei Minuten. Hm, okay. Damit können wir eigentlich schnell... Pass auf, da ist... Hier ist Dynamit, ne? Wirklich? Ja. Wo? Hier ist eine Falle. Hier ist eine Falle irgendwo. Ich kenn mich aus. Ja, ich glaub, man kann sich aber hier runterbuddeln. Ja, guck, da geht's runter. Ja, da ist ganz viel Dynamit. Ja, da unten. Da sind drei Tun. Wow, wow, wow. Ja, da können krasse Sachen drin sein. Lass uns runterbauen. Nicht aufmachen, Jungs. Doch. Das ist Dynamit. Das ist Dynamit. Ihr müsst erst mal Dynamit... Doch, Wasser drüber machen. Dann ist die Explosion nicht krass. Hat jemand Wasser? Wassereimer? Ja. Hast du gemacht? Ja. Okay, ich mach. Ey, lass uns eine... Oh! Es geht los, es geht los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro. Geil, jetzt ist alles weg. Nein. Ich hab's euch gesagt. Keiner wollte wieder auf mich hören. Bro, aber hier ist irgendwas anderes. Guck mal. Keiner wollte wieder auf mich hören. Warum keiner? Ich hab doch gar nichts gemacht. Hä? Was ist hier? Jan wollte auf mich hören. Timmy wollte nicht auf mich hören. Da gibt's nicht zu... Ey, Goblin! 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 Wo, 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 wo? Nicht den Goblin-Tüten. Nicht den Goblin-Tüten. Ja, ich töte nicht den Goblin. Doch, hast du. Nein, hab ich nicht. Da ist er. Nein, der ist hier oben. Rette die Goblin, Leute! Rette die. Glück des Meeres, fünf! Nein! Habt ihr eine Angel dabei? Doch, habt ihr eine Angel dabei? Ich hab die Angel dabei, ja. Oh mein Gott, kein Glück des Meeres. Ja, für ihn aber. Glück des Meeres, fünf. Effizienz, sechs. Hä?